du hast gerülpert ich kann dir sagen nicht verrückt sehr schmückt so gut müssen wir das erstmal machen ja alles wegen dir herr wegen dir bei deinem spiel abgestützt ist was doch nicht mich daran erinnert zu speichern ja weil ich dachte es gibt ein auto safe ja den gibt es aber nur bei bestimmten sachen ja gut das war nicht das was ich hier gibt es aber nur alle zwei stunden so in etwa wir sind durch die tür gegangen ich bin nicht mehr im spiel ach so komplett hektik da bin ich das würde ich die große ich weiß ja das hat kritisches und jetzt wäre über die magische tasche genommen aha ach das war der ok wenn ich den jetzt dann mal wenn wir den alles klauen dann haben sie ja eigentlich nichts mehr zum angreifen ja aber die haben ja eh nur mit magie gekämpft auch wieder war weil ich raubte ja schon die ganze zeit aus habt ihr gestern schon ausgeraubt nice aber ich glaube jetzt doch schurken nehmen sollen mein codename werden die beschälte gewesen in der welt hier auf jeden fall soll ich schon mal zünden oder ach so weiß ich weiß nicht klug wenn wir alle irgendwie irgendwo stehen ja dann stehen wir halt wieder hier weil ich nicht ja ich stelle mich mal hier dann kann ich alle angreifen schüsse ich habe die noch mal geheilt jetzt ich habe mal private momente teilen aktiviert ich weiß nicht was das heißt damit können wir gegenseitig immer das sehen was der andere macht also normalerweise gibt es private momente wo du nicht mit dabei sein kannst das gibt es jetzt nicht ich dachte mir vielleicht uns schon mal so coole sachen warum habe ich sowas eigentlich nie was denn du hast immer so halt so würfel sachen im kampf ja aber das ist durch meine wilde magie gezeiten des chaos habe ich das ist nur damit wir das kann passieren dass wilde magie aktiviert wird sonst macht das da ist jetzt ein zauberplatz erzeugen und beende mein zug du bist dran zettel kreiber du bist dran toter schreiber falsches falsches game hier das reibt sich sogar toter schreiber wie gemalt wäre einer anderen kreatur vorteil bei würfen mit heimlichkeit habe ich jetzt nicht jawohl der erstes aber also sie hat die hat hat ihn gewonnen der vorher wurde das war schon mal getroffen aber ja aber hey das zählt nicht was soll es hat wirklich keine war hat er gestern auch schon keine ich weiß nicht gesagt gar nicht wo ist denn der andere eigentlich stehen soweit hinten noch bei diesem höhlen war da nicht eine übel starke er ist hier unten bei mir kann ich irgendwo oder mich kann kann das mal probieren hier wie kann ich nicht scheiße ich kann die noch verändern ja in sahne ist das richtig heilen nice einfach außen leben geballert habe ich den danke schön dafür kann ich auch nichts anderes mehr machen ich bin für den kampf raus du machst dann gehen auf der linken seite oder für dich rechts ja ich bin hier etwas im nachteil ich muss jetzt nur wissen zu wem ich laufe ja der lauf hier zu dem näheren also zu dem lila boy also wenn auch so hin und feine hätten wir noch einer gewesen auch bei diesen bänken in sich vielleicht bilde ich mir den auch ein gut aus so kann die jetzt ja ohne flame auf fauligkeit greift doch marcel an ach da ok warum laufe ich ähm der hat zehn der hat zehn der hat vier ok die könnte man töten aber die kommen hier alle sehr gefährlich hab den getötet nice strong so jetzt muss ich mal gucken weil ich so ein richtig gutes blickfeld auf irgendwen eigentlich auf gar kein geht das ich habe den vertrieben ich weiß nicht was das heißt aber ich habe absolut also habe es getan die betroffene kreatur muss ich von der kreatur nach wenn diese vertrieben hat der haut dann einfach mal noch ist auch ja 2 ort sind die alle zu weit weg weil dann eine blöde bank und jetzt bin ich auf die bank drauf dann gehe ich näher und guck gute taktik das ist aber jetzt mal nicht ein move des jahrzehnts ui wow game changing moment an der stelle der nächste anrufswurf im vorteil alle tot? ich hätte nicht treffen können jetzt wird nach allem gespeichert ja nach jedem also nach jedem kampf kann man schon machen also jetzt kommt wieder und tote dude gleich wieder ja würde ich ihn schon mal holen oder? äh ja kann schon machen okay okay ok so w military of you right okay wils though answer my question ja gut das hatten wir gestern schon das ganze gespräch hier hast du schon wenn er liegt da hinten war noch einer habe ich bin gelootet ich bin mir nicht mehr sicherlich und diesmal müssen wir gucken ob wir mit den ob wir dieses exklusiv was einfach in die luft jagen guck mal gleich wenn du hochkommst das stand noch in der mitte na 2 ja ich glaube die kannst du sogar da oben hängt was die ganze sogar töten sollen wir das machen wir können das was ist hier ist ein erdhaufen aber der ist einfach aufgetaucht verrückt diese welt ist ja richtig magisch also weil ich so wie sie abhauen lassen oder kommen wir mal talk mit denen du talks ja gleich mit dem da unten wir haben das jetzt mal gemacht das schiff ist voller monster das andere machen wenn wir diesmal sollen wie sie es betäuschen ok ist der gleiche dialog so sind vier gewesen ja dann lass mich mal mit denen da unten gleich reden wenn wir wissen ob ich irgendwas anderes hat komme ich hier raus warte mal so wie erst mal das machen ach so ja können wir machen eine große oder eine kleine ist mir egal und erlass eine große machen sind wir geheilt wir geheilt werden wir auch bei der kleinen aber es wird ja alles alles resettet ok dann arbeite ich hier nochmal mit so ich kann hier einfach zuhören aber beides hatten wir gestern auch er möchte nicht reden alles klar dann nicht bis nach höh was ist denn hier ach hier sind die dicks drin ok was 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 warte mal wie kann man kann man irgendwie teilen ich will nicht alles nehmen man kann irgendwie teilen warte mal ach du hast eine eigene kiste ne ja ok naja dann ist wirklich ähm aber was ist das jetzt hier das nix wo machen das roten prinzen ah hier habe ich eine laute drin zwei spitz der bestie der see was ist ein zwei spitz also ich habe auch eine laute und ich habe nadelte schurken schön dass hier ein magier auch richtig gewertschätzt wird ja ne essen hier sind lagervolle oh trank warte mal tränke was ist denn die maske dieses gestalt das ist ein helm ach so ich habe hier übrigens wieder dieses äh amuletten mit nekromanten soll ich das ja geben ach so ja das cool habe ich dir gegeben ich habe dir auch irgendwas gegeben gehabt ne oder hast du das schon was denn rapier hast du schon ne äh den hast du mir das jetzt mal glaube ich schon gegeben ja ok aber ich habe noch einen kann ich jetzt hier die sachen dann eigentlich einfach da rein tun ok warte mal kann ich lagervolle dann pack ich alle mal zusammen tränke nämlich raus wo habe ich die sachen nicht ah nein ach ich bin zu dumm müsste auch mal verkaufen wer irgendwann nicht verkehrt das flaschenregal ok ok rapier kann ich selber auch benutzen bin ich geübt mit 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 aber möchte man das ich glaube nicht na ich denke mal grundsätzlich kann man wahrscheinlich jede war von jedem nutzen ja aber du kriegst ja dann äh fähigkeiten damit oder fertigkeiten na ok man muss ja auch nicht immer alles mit sich fragen wo ich denke mal gut ich bin das zeug anh schön aber bei der brief kann auch noch mit rein wie viel gold hast du 260 260 okay dann bist du die rich bitch von uns ja auch der bade ich bin stark genug Wie viel Stärke hast du? Acht Okay Beende den Tag, stelle Trefferpunkte So wie Zau, achso Dann müssen wir Sachen Was hast du jetzt ausgewählt? Gar nichts, ich hab zu Bett gehen gemacht und ja Und dann kann ich halt hier Sachen Achso Na das ist der Subi Ach nee das ist blöd Jetzt muss ich ja versuchen Genau da drauf zu kommen So Nix, nix hier Gut, ich hätte auch Auto auswählen Nutzen können, aber hey Ich schlafe ja schön Sehr steif auf jeden Fall Ist glaube ich am elfen Ding Alter, okay mit dem Umhang Ich bin einfach der König Achso an den Spitzhut auf? Ja Geil alter Wo sind wir Also hier das ist die komische Maske Na Ja ich ball den Dreispitz Die Maske Ich kann halt in alle Richtungen gucken Ist super Hey guck mal hier ist der undute Typ Was macht er hier? Was macht er hier?